das wirst du nicht Hallo, da will ich mich mal bewegen Stipp, 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 stipp Wir gehen erstmal dahin, wo der Schatt ist Das ist hier unten Vorne, vorne, Gold Stirbt! Stirbt! Stirbt, Zombie! Sicherheit geht vor! Und hier haben wir schon wieder so tolle Leute! Kommt her! Kommt her! Aber nicht zu schnell! Nicht zu schnell! Sagte nicht zu schnell! So! Mhm! Tainted Focus Okay, was das auch immer war Moment Wie der Ledermantel Wie der Ledermantel Och, Mann! Pussy! So Ähm Super Ähm Aha Ne, brauche ich nicht Und da haben wir Einen großen Fleisch-Golem Und da haben wir Einen großen Fleisch-Golem Und da haben wir Oh mein Gott! Ah Hierzu Kommt er Kommt Kommt! 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 Bifferen bog 180 Was unsere pyst die mich erreichst du nie ich glaube jetzt kriege ich jetzt schon längst gestorben und wir haben fame dazu bekommen und ganz viele tolle sachen die ich jetzt mal nachgucken werde wenn ihr mein equipped item ist besser und hier haben wir jetzt kein scroll 4 scroll machen wir jetzt mal alles für unseren pet da rein und das behalten wir ja das ist zu leicht besser und jetzt tätigen wir todes mutig diesen hebel und wir wissen dass dadurch muss das bauen was passiert denn es scheint wirklich so ich hoffe es morgen okay kein wasser spiegel senken oder dafür öffnet sich hier ein bisschen nicht so schön ist ein lichtensdunkel zu bringen verfolgt mich weiter so idiotisch ja und lasst mich nicht gehen so bespielen dort gewinnen wir garantiert hallo geht ja teilweise gar nicht mehr sie möchte jedenfalls und schon teilweise gar nicht mehr gehen die will ja sterben ja sie ist tot um tschüss okay wir haben jetzt die ganze Zeit die Fressanzeige da rechts oben an der Karte hängen das wird noch schwer leute ich frage mich ob wir uns von hier aus auch wieder zurück teleportieren können ich hoffe es okay oder u oh für ko hier so ich So. Ohaha. Pwned. Pwned! Pwned! Ähm... Jetzt wünscht man sich meinetwegen Surf hier. Als Skill. Kann man das mal so zu sagen ersetzen. Und wir haben einen Hebel betätigt, was uns die Tür da geholfen hat. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, hat es. Dahinten geht's auch noch lang. Oh mein Gott. Wie weit geht das hier noch? Und das überleben wir nicht. Es müsste weitergehen, das überleben wir nicht. Das überleben wir nicht. Leute, was soll das? Man muss einfacher ist. Was tut ihr mir hier an? Ich bin so ein Boss ist machbar, aber auch nur wenn da keine anderen Foes hinter sind. Insufficient Manor. Das war's für heute. Und ich bin tot. Das kann nicht geöffnet werden. Das ist kein Problem hier. Und wir springen von Level zu Level zu Level. Da werden immer besser. Ja, die Humana trinke können wir jetzt auch sehr gut gebrauchen. Oh Mann. Das nervt. Oh Mann. Na gut. Ich geh jetzt trotzdem noch zwei auf Magic. Weil ich weiß, dass wir den Ring wahrscheinlich auch irgendwann abgeben. Jetzt auf Dextry und auf Defense. Und auf Dioril irgendwie. Weil dadurch sich unser Schaden erhöht. Wenn wir zwei Sachen gleichzeitig tragen. So. Oh Mann. Die ganzen Monster-Massen machen mich immer verrückt. Ich sterb doch alle. Der ist so gut. Der ist so gut. Oh Mann. Der ist so gut. 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 wir müssen auch direkt benutzen weil sonst haben wir gar kein leben mehr überhaupt nichts und dahinten können wir hier fischen ich dachte hier können wir fischen falsch gedacht so und hier scheint fallen zu sein sind fiese nicht dein mann aus war sondern du bist Das ist los Okay, das kommt immer hier raus und immer da raus und immer da hinten raus nochmal Deine Haare hat verblendet Ich wunderte, dass deine Haare hat verblendet Ich glaub ich mach jetzt mal Ne, ne Ach Hm Moment Ja, äh, kleiner Stopp Wir, ähm, ich hab da was umgeändert und Das scheint irgendwas, äh Äh, ja Scheint ein Neustart des Spiels hervorzurufen, aber ist ja nicht schlimm Ähm Jetzt müssen wir nur einmal wieder den Ladebildschirm von Torchlei wieder ertragen Das finde ich bei Diablo Ja Sag jetzt mal besser, weil Das ist einfach so, dass die Könnte es sein, dass es von den Effekten hiervon kam, dass sie Okay Okay Okay, das ist schon mal gut gewesen jetzt Da sind wir gut durchgekommen Da wären wir wieder schlecht durchkommen Okay Ich hab's da rumgekass gen faced Oh Mann Okay Okay Ähm Nein Ich habe das nicht mehr geholfen. Joa, hmmm, hier könnten wir eigentlich nur Würfe reinsetzen, wenn wir eine hätten. Ich verehre, äh, das war's erst mal. Ach, das kann man auch wieder, ah, wir müssen mal wieder zurückgehen. Jetzt wird das nichts. Ja, ich glaub mal, unser Pad können wir schicken trotzdem. Erst wenn es voll ist, mach ich das aber. Vor allem nicht. Lass mich hier alles freiräumen. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Ich sag aber jetzt schon, ich glaub, ich muss gleich wieder nochmal das Level machen, wenn wir keinen Half-Porschen von den Leuten hier bekommen. Von den Spinnen. Wir kriegen hier nur Gold. So. 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 So.